Ja, in diesem Teil 2 zeige ich euch erstmal ein paar Eindrücke von Las Canteras, das ist das Stadtviertel in Las Palmas, wo wir unsere Wohnung hatten, die war fünf Minuten vom Strand und von der Schule etwa entfernt. Es schließt sich dann La Isleta an, da haben wir dann später auch noch einen Ausflug hingemacht, aber in diesem Abschnitt jetzt kleine filmische Einblicke ins Strand leben, Surfer leben, Flora und Fauna, einfach mal gucken, auf den Hafen einen Blick werfen. Uns hat es da sehr gut gefallen in Las Canteras. Ja, das sind die Vögel, die unsere Nachbarn auf dem Balkon halten, in ungefähr fünf Volieren. Ich weiß nicht, was es für welche sind, aber es ist laut, aber es ist irgendwie auch ganz urig. Der Strand Sonnencantedas in Las Palmas, wunderbar. Es hat heute Morgen geregnet, was sonst ungewöhnlich ist. Es gibt in Gran Canaria nur 22 Regentage pro Jahr offenbar, so wurde uns gesagt. Aber das dauert auch immer nicht sehr lange. Jetzt haben wir wieder schönsten Sonnenschein und das Meer, das tobt sich hier aus. Hier sehen wir ganz kleine Vögel, die rennen immer dem Wasser hinterher, gucken, was die Welle so angespült hat, gerne auch im Rudel. Na, jetzt läuft der eine vor, der ist ja ganz mutig, die beiden hier. Jawohl. Die anderen sind noch am Picken. Die anderen sind noch am Picken. Das ist ein Arm. Hilfe. Durchtrainierte Gurschen. Wow. Irre. 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 Diese Körperwärtschung. Wow. 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 Eine Demo gegen was? Gegen Chlor im Wasser. Ach du Scheiße, das ist ein echter Schwurbler. Schwurbler gibt es also nicht nur in Deutschland, wie wir hier sehen. Das ist ja zum Kotzen echt. Und für so eine Insel finde ich das reichlich, Schiel. Television, manipulation, television, manipulation. So, wir sind hier am äußersten Rand des Strandes von Canteras. Das ist hier die Windsurfer-Ecke. Man sieht es, tolle Brandung. Die gelbe Flagge weht, das ist so halbgefährlich. Aber ein echter Surfer oder eine Surferin lässt sich ja nicht abhalten. Im Gegenteil, Wellen sind ja sehr willkommen. Genau. Wir haben auch einen Wolkenhimmel. Es ist jetzt schon halb fünf gleich. Ein wunderbarer Anblick. Ein wunderbarer Anblick. Heute ist es wieder schönes Wetter und gigantische Wellen bauen sich da auf. Und das Schöne hier am Playa de las Canteras ist, dass vorgelagert, man sieht es hier, da gibt es so eine Art Riff und das schützt die Badenden und Schwimmenden davor, von den Wellen verschluckt zu werden. Die brechen sich nämlich vorher. Aber in welcher Größe? Ich weiß nicht, man kann es nur aus der Ferne schwach jetzt erkennen. Ach, herrlich. Guckt euch das an. Faszinant. Da ist kein Riff. Da kommen die dann auch genauso ungebrochen groß an, am Strand, die Wellen. Aber hier, wo auch der Strand ist, die Menschen dann auch schwimmen, gibt es eben eine ruhige Stelle. Da став wird die MatrixGefone. Da. Und das ist dann vorne. Da Companies werden die am Stunden werden mitmachen tun. Und das ist dann die